Einsatzleitung, der Requiem-Disruptor-Satellit ist bereit für das APEX-Ziel. Wir arbeiten daran, Carver. Das Uplink-Terminal sollte direkt voraus sein. Who cares? Ach. Finde ich cool, dass ich den Perk da rausgeangelt habe. Ich bin ja selten jemand, der Fahrzeuge über die Maßen nutzt. Aber ich hoffe, das ändert sich in Season 5. Wenn wir einen Panzer kriegen. Aber dann geht bestimmt das Battlen los. Dann werden die Panzer wirklich... ...so von jedem... ...ne Kugel. Gut gefunden. Aber Song überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Weder optisch... ...noch durch ihre Sprüche. Ich will, dass ihr alle tötet, die hierfür verantwortlich sind. Ja, mach mal. Und dann so eine dicke... Oh, da steht ein Perk. Wegsmaschine ist heiß. Ich werde mit Perks zugeschissen heute. Markier der Wegpunkt. So, dann machen wir mal unsere Lieblingsflugroute. Kriegsmaschine! Granaten unterwegs! Aber wird wieder alles auf den... ...Typen abgefeuert, ob man... Ups. Müssen wir mich nehmen, ne? So geht das ja nicht. Kein Schrott, aber dafür... ...dicke Essenz, die da rumsteht. Ich hab schon gedacht. Jetzt scheißt das Game ab. Klar. Kleiner Schreckmoment. Tchung! 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 Ist die geil, die Fugroute. Horde eliminiert! Requemletzern! Schönen Heddy noch aus der Hüfte mitgenommen. Komm, angeln war bis jetzt so erfolgreich. Machen wir weiter. Na ja. Ähm. Ähm. Ist noch einer, ja? Oh, ein Puff, ne? Oh, ein Puff, ne? Der Disruptor spürt nach der Aktivierung Apex-Ziele mit hoher Ätherium-Konzentration auf. Ja, klar, also. Und bereiten Sie aus dem Dunkel, Aether. Hochrangiges Apex-Ziel fungiert als Befehlkaber der Horde. Also, ich werde den Punkt sehen. Verbindung etabliert. Systeme normal. Ziel wird erfasst. Feuersequenz wird eingeleitet. Feuer in drei. Das kapiere ich nicht, weißt du, da ist noch ein Order auf der Karte. Weißt du, und er muss schon den Hauptdorfer haben. Der muss gestartet werden. Weißt du, sonst, äh, Apex-Ziel wurde erlangt. Kriegt er anscheinend Krebs oder was? Ich weiß es nicht. Schalten Sie das Ziel ein für alle mal aus, Team. Das Ding ist offenbar nicht allein. Ach Gott. Nö, ich mache erst mal mein Ding. Also, ich lasse mich darauf gar nicht. Ich brauche sowas allein. Es flieht. Folgen Sie der Energiespur. Ziel geortet. Südwestlich Ihre Position. So. Jetzt geht's. Ach, guck mal da. Und durch sowas, ne? Nur durch das werde ich in jeder Runde Erster. Weil ich die fucking Essenz einsamle. Bonus-Punkte. Überall. Ich muss jetzt ihn zurück. Das ist seis, Mann. Ich muss sonst ihn. Nichts. Planygen. Ich muss jetzt die... Bevor du Wstellst今回. Auf, irger dich? Da muss ich jetzt. Ich muss jetzt mit brauchen. Ich muss nur in jeder Runde. Du wirst. Und ja, das ist in jeder Runde. Er, die Runde. und insiktiert. Und da muss man, Es rennt davon. Es hinterlässt einer Energiespur. Folgen Sie ihr. Ziel geordnet. Westlich Ihrer Position. Das Apex-Niel wurde eliminiert. gut gemacht sie das zurückgelassen sie haben sich verdient anomalie entdeckt schnell dorthin und das signal aktivieren ja ich weiß ich bin also ich die essenz geraubt habe aber so ist das nun mal vorrücken zu meinem weg sind doch sind doch doof was ist das oder das wegpunkt markiert die hat natürlich wieder angst hat aber zu wenig kriegt dabei wenn er farmen will wofür gibt es denn so order kalle hau raus her ich brauch leute nicht die kackhunde so so kommt da eine klappe aufreißt schießen wir da rein so 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 Die trauen sich nicht ran. 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 Bam. Schrott. Immer gerne. Immer gerne. Den Schrott. Und Essenz natürlich auch. Nehmen wir. Da fehlt noch ein bisschen mit. Ein Fufi fehlt noch. Können wir uns auch eine schöne Richtung gönnen. Bangladesch. Runde 2 und schon sechs Perks. Haben sie da ganzen Freunde hier umgebracht und dich haben sie leben lassen. Und da haben wir den Schrott, den wir brauchen. Voll geil, ey. Legendäres Messer. Haben wir doch ja. Haben wir doch ja. Haben wir doch ja. Geht. 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 Was ist das? Nee, also mit Fahrzeugen geht nicht. Das war's für dich. Bonus-Punkte. Jai-Gara-Hirnloser. Alter, guck mal hier. Wir haben Jünger. Wir haben Jünger bekommen. Ist das geil. Das heißt, eventuell könnten wir jetzt hier diese eine Wunderwaffe auch hier im Spiel bekommen. Also im Ausbruch. Das ist ja mal geil, ey. Nicht nur hier zig von Stürmen, auch mal Jünger. Oh, das war's aber, ne? Ich sehe keine Signale mehr. Ah, hat er auch gesehen. Ja gut. DMF-14. Kolobar. LoIDE. chora.